Willkommen auf dem Kanal Dekor Magazin. In diesem Video zeigen wir dir die besten Arten und Designs von Bodenfliesen für das Wohnzimmer. Bodenfliesen sind ein zentrales Element, das deinem Raum Charakter und Stil verleiht. Ob du nach einem modernen, klassischen oder rustikalen Look suchst, die Auswahl der richtigen Fliesen kann den Unterschied ausmachen. Vergiss nicht, das Video zu liken und unseren Kanal zu abonnieren, um immer über die neuesten Einrichtungstrends informiert zu bleiben. Aktivier auch die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Lass uns nun in die Welt der Wohnzimmerfliesen eintauchen. Präsentation der Fliesenarten Keramikfliesen. Der Alleskönner Keramikfliesen sind langlebig, vielseitig und in einer Vielzahl von Farben und Designs erhältlich. Sie sind ideal für Wohnzimmer, die oft genutzt werden, da sie leicht zu reinigen und widerstandsfähig gegen Abnutzung sind. Besonders matte Oberflächen wirken modern und elegant. Porzellanfliesen. Die robuste Wahl. Porzellanfliesen sind eine großartige Wahl für stark frequentierte Bereiche wie das Wohnzimmer. Sie sind härter und widerstandsfähiger gegen Kratzer als herkömmliche Keramikfliesen und bieten gleichzeitig ein luxuriöses aussehen. Von Hochglanz bis hin zu Natursteinoptik. Die Möglichkeiten sind endlos. Natursteinfliesen für einen eleganten Touch. Naturstein wie Marmor, Granit oder Schiefer verleiht deinem Wohnzimmer eine natürliche, edle Atmosphäre. Diese Fliesen sind einzigartig in ihrer Maserung und Farbe, was jedem Raum eine individuelle Note verleiht. Sie erfordern jedoch etwas mehr Pflege, sind aber eine hervorragende Investition für ein hochwertiges Wohnambiente. Holzoptikfliesen. Der perfekte Kompromiss. Wenn du den warmen Look von Holz mit der Funktionalität von Fliesen kombinieren möchtest, sind Holzoptikfliesen genau das Richtige für dich. Sie bieten das Aussehen von echtem Holz ohne die Nachteile wie Kratzer oder Feuchtigkeitsschäden. Ideal für Wohnzimmer, die einen gemütlichen und einladenden Stil haben. Mosaikfliesen. Ein kreatives Highlight. Mosaikfliesen eignen sich hervorragend, um Akzente zu setzen oder bestimmte Bereiche des Wohnzimmers hervorzuheben. Sie können in verschiedenen Farben, Formen und Mustern kombiniert werden, um einzigartige Designs zu schaffen, die deinem Raum Persönlichkeit verleihen. Übergang zur Fragerunde. Bevor wir weitermachen, hast du schon eine Vorstellung, welche Art von Bodenfliesen am besten zu deinem Wohnzimmer passt? Oder brauchst du noch mehr Inspiration? Keine Sorge. Wir beantworten jetzt einige der häufigsten Fragen, die uns zu Wohnzimmerfliesen gestellt werden. Häufig gestellte Fragen FAQs. Welche Fliesen sind am besten für Wohnzimmer mit viel Verkehr geeignet? Für stark frequentierte Wohnzimmer empfehlen wir Porzellanfliesen oder Keramikfliesen. Sie sind extrem widerstandsfähig und halten der täglichen Beanspruchungsstand, ohne an Qualität oder Aussehen zu verlieren. Kann ich verschiedene Fliesenarten in einem Wohnzimmer kombinieren? Ja, das Kombinieren von Fliesenarten kann eine spannende Möglichkeit sein, verschiedene Bereiche des Wohnzimmers visuell zu trennen. Du könntest zum Beispiel Mosaikfliesen in einem Bereich als Akzent verwenden und den Rest mit großformatigen Fliesen auslegen. Welche Fliesenfarbe lässt mein Wohnzimmer größer wirken? Helle Fliesenfarben wie weiß, beige oder helles Grau lassen das Wohnzimmer optisch größer und heller wirken. Sie reflektieren das Licht und schaffen ein offenes, luftiges Gefühl im Raum. Sind glänzende oder matte Fliesen besser für das Wohnzimmer? Das hängt von deinem Stil ab. Glänzende Fliesen reflektieren mehr Licht und können dem Raum ein luxuriöses Aussehen verleihen, während matte Fliesen moderner und pflegeleichter sind, da sie weniger anfällig für Kratzer und Fingerabdrücke sind. Wie pflegeleicht sind Natursteinfliesen im Wohnzimmer? Natursteinfliesen wie Marmor oder Schiefer erfordern etwas mehr Pflege als Keramik- oder Porzellanfliesen. Es ist wichtig, sie regelmäßig zu versiegeln, um Flecken zu vermeiden. Allerdings belohnen sie dich mit einer zeitlosen und natürlichen Schönheit, die kein anderes Material bietet. Abschluss und Aufforderung zur Aktion. Das waren einige der beliebtesten Bodenfliesenoptionen für das Wohnzimmer sowie Antworten auf häufige Fragen. Welcher Fliesentyp hat dir am besten gefallen? Schreib es uns in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat und du weitere Tipps zur Inneneinrichtung sehen möchtest, dann vergiss nicht, das Video zu liken und unseren Kanal Dekormagazin zu abonnieren. So bleibst du immer auf dem Laufenden und verpasst keine unserer Designideen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal! Willkommen auf dem Kanal Dekormagazin. In diesem Video zeigen wir dir die besten Arten und Designs von Bodenfliesen für das Wohnzimmer. Bodenfliesen sind ein zentrales Element, das deinem Raum Charakter und Stil verleiht. Ob du nach einem modernen, klassischen oder rustikalen Look suchst? Die Auswahl der richtigen Fliesen kann den Unterschied ausmachen. Vergiss nicht, das Video zu liken und unseren Kanal zu abonnieren, um immer über die neuesten Einrichtungstrends informiert zu bleiben. Aktivier auch die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Lass uns nun in die Welt der Wohnzimmerfliesen eintauchen. Präsentation der Fliesenarten. Keramikfliesen. Der Alleskönner Keramikfliesen sind langlebig, vielseitig und in einer Vielzahl von Farben und Designs erhältlich. Sie sind ideal für Wohnzimmer, die oft genutzt werden, da sie leicht zu reinigen und widerstandsfähig gegen Abnutzung sind. Besonders matte Oberflächen wirken modern und elegant. Porzellanfliesen. Die robuste Wahl. Porzellanfliesen sind eine großartige Wahl für stark frequentierte Bereiche wie das Wohnzimmer. Sie sind härter und widerstandsfähiger gegen Kratzer als herkömmliche Keramikfliesen und bieten gleichzeitig ein luxuriöses Aussehen. Von Hochglanz bis hin zu Natursteinoptik. Die Möglichkeiten sind endlos. Natursteinfliesen für einen eleganten Touch. Naturstein wie Marmor, Granit oder Schiefer verleiht deinem Wohnzimmer eine natürliche, edle Atmosphäre. Diese Fliesen sind einzigartig in ihrer Maserung und Farbe, was jedem Raum eine individuelle Note verleiht. Sie erfordern jedoch etwas mehr Pflege, sind aber eine hervorragende Investition für ein hochwertiges Wohnambiente. Holzoptikfliesen. Der perfekte Kompromiss. Wenn du den warmen Look von Holz mit der Funktionalität von Fliesen kombinieren möchtest, sind Holzoptikfliesen genau das Richtige für dich. Sie bieten das Aussehen von echtem Holz ohne die Nachteile wie Kratzer oder Feuchtigkeitsschäden. Ideal für Wohnzimmer, die einen gemütlichen und einladenden Stil haben. Mosaikfliesen. Ein kreatives Highlight. Mosaikfliesen eignen sich hervorragend, um Akzente zu setzen oder bestimmte Bereiche des Wohnzimmers hervorzuheben. Sie können in verschiedenen Farben, Formen und Mustern kombiniert werden, um einzigartige Designs zu schaffen, die deinem Raum Persönlichkeit verleihen. Übergang zur Fragerunde. Bevor wir weitermachen, hast du schon eine Vorstellung, welche Art von Bodenfliesen am besten zu deinem Wohnzimmer passt? Oder brauchst du noch mehr Inspiration? Keine Sorge, wir beantworten jetzt einige der häufigsten Fragen, die uns zu Wohnzimmerfliesen gestellt werden. Häufig gestellte Fragen FAQs. Welche Fliesen sind am besten für Wohnzimmer mit viel Verkehr geeignet? Für stark frequentierte Wohnzimmer empfehlen wir Porzellanfliesen oder Keramikfliesen. Sie sind extrem widerstandsfähig und halten der täglichen Beanspruchung stand, ohne an Qualität oder Aussehen zu verlieren. Kann ich verschiedene Fliesenarten in einem Wohnzimmer kombinieren? Ja, das Kombinieren von Fliesenarten kann eine spannende Möglichkeit sein, verschiedene Bereiche des Wohnzimmers visuell zu trennen. Du könntest zum Beispiel Mosaikfliesen in einem Bereich als Akzent verwenden und den Rest mit großformatigen Fliesen auslegen. Welche Fliesenfarbe lässt mein Wohnzimmer größer wirken? Helle Fliesenfarben wie Weiß, Beige oder helles Grau lassen das Wohnzimmer optisch größer und heller wirken. Sie reflektieren das Licht und schaffen ein offenes, luftiges Gefühl im Raum. Sind glänzende oder matte Fliesen besser für das Wohnzimmer? Das hängt von deinem Stil ab. Glänzende Fliesen reflektieren mehr Licht und können dem Raum ein luxuriöses Aussehen verleihen, während matte Fliesen moderner und pflegeleichter sind, da sie weniger anfällig für Kratzer und Fingerabdrücke sind. Wie pflegeleicht sind Natursteinfliesen im Wohnzimmer? Natursteinfliesen wie Marmor oder Schiefer erfordern etwas mehr Pflege als Keramik- oder Porzellanfliesen. Es ist wichtig, sie regelmäßig zu versiegeln, um Flecken zu vermeiden. Allerdings belohnen sie dich mit einer zeitlosen und natürlichen Schönheit, die kein anderes Material bietet. Abschluss und Aufforderung zur Aktion. Das waren einige der beliebtesten Bodenfliesenoptionen für das Wohnzimmer sowie Antworten auf häufige Fragen. Welcher Fliesentyp hat dir am besten gefallen? Schreib es uns in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat und du weitere Tipps zur Inneneinrichtung sehen möchtest, dann vergiss nicht, das Video zu liken und unseren Kanal Dekormagazin zu abonnieren. So bleibst du immer auf dem Laufenden und verpasst keine unserer Designideen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Willkommen auf dem Kanal Dekormagazin. In diesem Video zeigen wir dir die besten Arten und Designs von Bodenfliesen für das Wohnzimmer. Bodenfliesen sind ein zentrales Element, das deinem Raum Charakter und Stil verleiht. Ob du nach einem modernen, klassischen oder rustikalen Look suchst? Die Auswahl der richtigen Fliesen kann den Unterschied ausmachen. Vergiss nicht, das Video zu liken und unseren Kanal zu abonnieren, um immer über die neuesten Einrichtungstrends informiert zu bleiben. Aktivier auch die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Lass uns nun in die Welt der Wohnzimmerfliesen eintauchen. Präsentation der Fliesenarten. Keramikfliesen. Der Alleskönner Keramikfliesen sind langlebig, vielseitig und in einer Vielzahl von Farben und Designs erhältlich. Sie sind ideal für Wohnzimmer, die oft genutzt werden, da sie leicht zu reinigen und widerstandsfähig gegen Abnutzung sind. Besonders Sie sind härter und widerstandsfähiger gegen Kratzer als herkömmliche Keramikfliesen und bieten gleichzeitig ein luxuriöses Aussehen. Von Hochglanz bis hin zu Natursteinoptik. Die Möglichkeiten sind endlos. Natursteinfliesen für einen eleganten Touch. Naturstein wie Marmor, Granit oder Schiefer verleiht deinem Wohnzimmer eine natürliche, edle Atmosphäre. Diese Fliesen sind einzigartig in ihrer Maserung und Farbe, was jedem Raum eine individuelle Note verleiht. Sie erfordern jedoch etwas mehr Pflege, sind aber eine hervorragende Investition für ein hochwertiges Wohnambiente. Holzoptikfliesen. Der perfekte Kompromiss. Wenn du den warmen Look von Holz mit der Funktionalität von Fliesen kombinieren möchtest, sind Holzoptikfliesen genau das Richtige für dich. Sie bieten das Aussehen von echtem Holz ohne die Nachteile wie Kratzer oder Feuchtigkeitsschäden. Ideal für Wohnzimmer, die einen gemütlichen und einladenden Stil haben. Mosaikfliesen. Ein kreatives Highlight. Mosaikfliesen eignen sich hervorragend, um Akzente zu setzen oder bestimmte Bereiche des Wohnzimmers hervorzuheben. Sie können in verschiedenen Farben, Formen und Mustern kombiniert werden, um einzigartige Designs zu schaffen, die deinem Raum Persönlichkeit verleihen. Übergang zur Fragerunde. Bevor wir weitermachen, hast du schon eine Vorstellung, welche Art von Bodenfliesen am besten zu deinem Wohnzimmer passt? Oder brauchst du noch mehr Inspiration? Keine Sorge, wir beantworten jetzt einige der häufigsten Fragen, die uns zu Wohnzimmerfliesen gestellt werden. Häufig gestellte Fragen FAQs. Welche Fliesen sind am besten für Wohnzimmer mit viel Verkehr geeignet? Für stark frequentierte Wohnzimmer empfehlen wir Porzellanfliesen oder Keramikfliesen. Sie sind extrem widerstandsfähig und halten der täglichen Beanspruchung stand, ohne an Qualität oder Aussehen zu verlieren. Kann ich verschiedene Fliesenarten in einem Wohnzimmer kombinieren? Ja, das Kombinieren von Fliesenarten kann eine spannende Möglichkeit sein, verschiedene Bereiche des Wohnzimmers visuell zu trennen. Du könntest zum Beispiel Mosaikfliesen in einem Bereich als Akzent verwenden und den Rest mit großformatigen Fliesen auslegen. Welche Fliesenfarbe lässt mein Wohnzimmer größer wirken? Helle Fliesenfarben wie Weiß, Beige oder helles Grau lassen das Wohnzimmer optisch größer und heller wirken. Sie reflektieren das Licht und schaffen ein offenes, luftiges Gefühl im Raum. Sind glänzende oder matte Fliesen besser für das Wohnzimmer? Das hängt von deinem Stil ab. Glänzende Fliesen reflektieren mehr Licht und können dem Raum ein luxuriöses Aussehen verleihen, während matte Fliesen moderner und pflegeleichter sind, da sie weniger anfällig für Kratzer und Fingerabdrücke sind. Wie pflegeleicht sind Natursteinfliesen im Wohnzimmer? Natursteinfliesen wie Marmor oder Schiefer erfordern etwas mehr Pflege als Keramik- oder Porzellanfliesen. Es ist wichtig, sie regelmäßig zu versiegeln, um Flecken zu vermeiden. Allerdings belohnen sie dich mit einer zeitlosen und natürlichen Schönheit, die kein anderes Material bietet. Abschluss und Aufforderung zur Aktion. Das waren einige der beliebtesten Bodenfliesenoptionen für das Wohnzimmer sowie Antworten auf häufige Fragen. Welcher Fliesentyp hat dir am besten gefallen? Schreib es uns in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat und du weitere Tipps zur Inneneinrichtung sehen möchtest, dann vergiss nicht, das Video zu liken und unseren Kanal Dekormagazin zu abonnieren. So bleibst du immer auf dem Laufenden und verpasst keine unserer Designideen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.